Yo, hier ist Andi von der Steckkasten Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Und damit herzlich willkommen zurück in den 90ern. Genauer gesagt 1997, denn da kam dieses wunderbare Set auf den Markt. Es trägt die Setnummer 6915 und ist ein weiteres Set aus der UFO-Reihe. Wir haben ja uns vor kurzem angefangen, diese UFO-Reihe mal anzuschauen. Und großer Dank geht da nochmal an den Marc, der mir eben dieses Set zur Verfügung gestellt hat. Genauso wie die 691979, die wir uns schon in einem anderen Video angeschaut haben. Und ich muss sagen, ich bin immer noch hoch erfreut, dass diese UFO-Sets dabei waren. Denn ich hätte nicht gedacht, dass mir die so gut taugen. Und das tun sie wirklich. Denn gerade das, dass dieser Warp-Fighter oder das UFO-Schwesterschiff im Deutschen genannt, ist, ich finde das super genial. Das hat eine wunderbare Größe, das hat eine wunderbare Form. Und obwohl ich nichts mit Star Wars groß am Hut habe, ist mir so aufgefallen, dass das hinten in der Heckansicht doch schon, also mich erinnert es irgendwie an so einen X-Wing. Aufgrund dieser X-förmigen Flügel an der Seite. Finde ich super gut. Es hat eine wunderbare Größe, es hat eine wunderbare Form und es hat, es wirkt sehr schnittig und es lädt direkt, also es hat so eine gewisse Agilität. Und es lädt direkt zum Losspielen ein. Bevor wir das aber tun, würde ich sagen, schauen wir uns kurz den Karton an. Wir haben hier wieder das gleiche Design mit diesem doch sehr seltsam anmutenden Planeten, wieder mit so einem Reptilien-Auge hier unten. Hier. Sehr spannend. Sehr cool. Es ist natürlich ein Klappkarton. Und auch hier haben wir wieder ein großes Sichtfenster. Leider ist der Blister nicht dabei und der Innenkarton ist auch, wie mir dann aufgefallen ist, ein Selbstgebauter. Aber der ist sehr gut selbstgebaut, denn die Farbe hat mich erstmal gar nicht stutzig gemacht und die Form erst recht nicht, weil der ist wirklich gut gemacht. Und wir sehen hier unsere beiden Protagonisten, nämlich den Haupt-Alien-Dude und wieder einen seiner Droiden. Und hier im oberen Teil sehen wir ein paar der Funktionen und das Set in Action. Und hier auch, wie man den Droiden unterbringt. Sehr cool. Hier oben standen wir noch im Preis. Leider ist das nicht mehr ersichtlich. Aber es startet mit einer 4. Extra. Könnte extra gewesen sein oder sowas. Aber es startet mit einer 4. Sieht man aber schlecht. Vertraut mir. Auf der Seite dann nochmal der Alien-Planet mit dem Raumschiff. Und auf der Heckansicht haben wir natürlich ein paar alternative Bauchvorschläge, die allesamt wieder sehr cool sind. Das hier oben gefällt mir ziemlich gut. Das ist wieder so ein Raumschiff und durch die Form, das strahlt wieder sowas aus, was einfach nach Schnelligkeit und Bewegung schreit. Hier unten auch sehr cool. Da sind quasi die Heckelemente, diese großen runden Paneele im Heck angebracht. Sehr schön. Und hier oben kriege ich das ran. Ich blende euch ein Bild ein von der Minifigur. Die wirkt ohne Helm. Also ich habe euch das ja in dem anderen Video schon gesagt, dass die so Trans-Neon-Orange-Köpfe haben. Und die wirkt irgendwie sehr fröhlich. Das wirkt auf mich wie so ein Mund, der grinst. Aber trotzdem sehr cool. Ja, ansonsten geben wir die mal beiseite. Und schauen wir mal in die Anleitung kurz rein. Die hat ein, wie ich finde, eher ungewöhnliches Format. Das ist ein bisschen kürzer als A4. Das ist aber dem geschuldet, dass es natürlich in diese quadratische Box reinpassen musste. Und ja, wieder zuerst beginnen wir wie immer mit den Figuren. Und dann geht es weiter mit der Basis, die auch aus großen Formteilen besteht. Und dann bauen wir innerhalb von 33 Bauschritten unseren Fighter hier auf. Und hier unten seht ihr nochmal eine der Spielfunktionen. Nämlich wie man den Droiden dort rein boxiert auf seinen Co-Pilotenplatz. Und die andere Funktion ist hier wieder hier unten die thermisch reagierenden Aufkleber. Oder der. Der eine. Es ist hier oben angebracht. Wieder sehr cool. Und jetzt habe ich ihn zwar schon platziert, aber wir werfen noch einen ganz kurzen Blick in den Collectors Guide. Und zwar auf Seite 380 ins Jahr 1997. Wer ihn hat, schlägt gerne mit auf. Wer nicht, findet immer, wie immer, einen Link unten in der Beschreibung. Und die ganze Seite, ich blende euch das natürlich wieder ein, die ganze Seite beschäftigt sich mit UFO. Und wir sehen im unteren Teil, ganz links unsere 6915, den Warp Wing Fighter. Das war es, das Wort Wing hat mir vorhin gefehlt. Knapp 240 Teile, überall verkauft. In den Jahren 1997 und 1998 konnte man die erwerben. Und viel mehr gibt es dann hier auch nicht. Ich muss aber sagen, weil auch hier auf der Seite die 6900 zu sehen ist, die habe ich hier schon stehen. Die habe ich mir nämlich schon an Land gezogen, weil mich diese ganze Serie doch mehr gecatcht hat, als ich dachte. Und auch die 6975 würde ich gerne noch zeigen, weil das von Teilen her das größte Raumschiff war. Mal gucken, ob sich das noch einrichten lässt. Aber ja, die kommen höchstwahrscheinlich auch noch. Bleibt auf jeden Fall auf Empfang. Ansonsten reicht das erstmal eine Information für uns. Den geben wir beiseite. Und dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf dieses wunderbare Modell. Es glänzt natürlich ziemlich stark, denn die großen bedruckten Formteile bieten viel Reflexionsfläche. Aber auch die Windschutzscheibe hier in diesem wunderbaren Transneon Green in sehr stark bedruckter Manier ist wirklich großartig. Wir sehen an sich hier einige Transneon Green Elemente. Wir haben nicht nur die Windschutzscheibe, wir haben ja auch diese Seitenelemente. Hier die Seitenelemente, die bedruckt sind. Dann natürlich ein Haufen Dishes, ein paar von den 1x1 Rundplates, die quasi nach vorne und nach hinten abstrahlen. Und dann die Antennen natürlich. Und das Ganze von der Farbe her und von der Anbringung her und der Aufmachung, es wirkt einfach nur abgefahren. Ich mag das sehr. Das ist ein abgespaceder, wirklich abgespaceder Auftritt dieses Sets. Aber fetzt, wirklich. Es macht Spaß. Hat beim Aufbau noch Spaß gemacht. Ist natürlich schnell zu bauen aufgrund der vielen Formteile. Aber trotzdem, weil man auch mit den Formteilen halt relativ schnell coole Formen hinbekommt, die eben nicht zuletzt zum ganzen Erscheinungsbild beitragen. Finde ich cool. Unten drunter passiert wieder nicht viel. Da seht ihr hier diese Füße, damit sich das Set absetzen lässt. Und ansonsten hat man ein paar Spielfunktionen. Man kann hier hinten erstmal auch bestimmen, in welchem Winkel diese Heckruder eingestellt werden sollen. Wir haben hier im oberen Bereich wieder diesen Aufkleber. Der ist hier oben angebracht. Wenn ich den jetzt hier eine Weile anfasse, dann verfärbt er sich wieder. Blende ich euch auch nochmal gerne ein, damit ihr seht, wie das geht. Dann ist hier ein zweiter Aufkleber aufgebracht. Das Set ist quasi bis auf zwei Sticker komplett bedruckt. Und das ist dieser Sticker hier hinten, der so wunderbar glitzert. Der auf diesem Spiegel hier oben. Den gibt es so auch in einigen Explorions-Sets. Und ist interessant, weil die einzigen beiden Sticker im Set sind hier oben angebracht und der Rest ist wirklich beprintet. Und hier ist nämlich noch eine kleine 1x2-Fliese mit diesem Pfeil angebracht, die uns darauf hinweist, dass wir hier das öffnen können. Und dann können wir hier 1, 2 diese Türen aufmachen an der Seite. Und dann können wir eine, die unseren Droiden nehmen und der findet hier hinten Platz, quasi auf seinem Beifahrersitz. Und kommt dann so zum Einsatz. Also der kann nicht einfach hier auf und raus. Der muss extra noch eine andere Luke öffnen, sozusagen. Und ich würde sagen, weil ich die jetzt eh einmal hier in der Hand habe, auf meinem Big Brick, schauen wir uns die mal kurz an. Das ist unser Droid. Der ist der gleiche wie in der 69-79. Und das ist unser Haupt-Alien-Dude, der ebenso in der 69-79 vorkam. Aber dort hatte er einen Light-Grey-Helm und hier hatte er ihn in Schwarz. Und er hat, glaube ich, auch einen Light-Grey-Panzer, Körperpanzer gehabt. Es liegt dort drüben, ich kann es aber nicht genau erkennen. Ja, und hier ist sein Trans-Neon-Orange-Kopf. Und wenn der Helm angebracht ist, dann sieht man diese Augen quasi noch durchleuchten. So ein bisschen. Ja, vielleicht kriege ich das mal in dem Kamerawinkel drauf, um euch das zu zeigen. Das sieht nämlich wirklich abgefahren aus. Wenn ich das gegen das Licht halte, sieht das wirklich aus, als hätte der leuchtend rote Augen. Ziemlich cool. Und der Droide findet nun hier hinten Platz. Spannenderweise so halb unter... Den kann ich da eigentlich gar nicht richtig reinsetzen. Doch, in einem... Aber in einem schlechten Winkel. Passt der da hin? Ja, der passt da drunter. Es ist nur so... Ich blende euch gleich ein Bild ein, warum das so schwierig ist. Denn dort hinten ist noch so ein kleiner, von diesen Tresoren-Container-Dingern angebracht. Und da muss der quasi so halb drunter. Und dann haben wir unseren Haupt-Dude, der natürlich im Cockpit Platz nimmt. Und wo auch noch eine ziemlich große, cool bedruckte Fliese... Ähm, cool bedruckter Slope dabei ist. Blende ich euch auch gerne ein. Quasi mit fliegenden, echt wirklich fliegenden Untertassen abgebildet. Die die Gegner unserer Uferfreunde darstellen könnten. So. Und dann sind die beide untergebracht. Und dann können die auch direkt losstarten in spannende, super coole Abenteuer. Mit Gefechten durch das ganze Weltall. Und das Ding sieht wirklich aus, als könnte es mit Warp-Geschwindigkeit durch Raum- und Zeitdüsen. Es ist wirklich eine coole Geschichte. Es gefällt mir so. Von der Größe und von der Aufmachung her bisher am besten. Es hat zwar jetzt keine Fiber-Optik, so wie das andere große. Und ansonsten auch nicht super viele Spielfunktionen. Aber durch die Aufmachung lädt es halt zum Spielen ein. Es hat eine schöne Größe. Es ist handlich. Hier, ich wollte gerade sagen, hier fällt mir auch nicht andauernd irgendwas ab. Ja, jetzt fallen mir schon zwei Sachen ab. Aber es hat einfach, es hat einfach was. Ich finde das fetzig. Das ist nur eine coole Sache. Hinten auch noch schön angedeutet mit diesen großen Turbinen. Hier im Heckbereich. Und dadurch, dass man diese drei großen hat, dann hat man hier diese zwei kleinere noch. Dann hier nochmal und hier nochmal zwei kleinere. Und dann wieder an diesen Kameraelementen diese Teile angebracht, die gerne mal als kleine Raketenbasis benutzt werden. Also als unterste Stufe. Macht es einfach den Eindruck, als hätte das Ding mega Leistung und könnte einfach quasi mit sonst wie groß einer großen Geschwindigkeit durch den Raum gleiten. Es ist eine schöne Geschichte. Gefällt mir sehr. Sehr schön. Ein handliches Set. Wodurch wir auch relativ flott am Ende sind. Aber nichtsdestotrotz ein schönes Set. Gerade die Farbgebung gefällt mir wieder. Viel Light Grey. Und viel dieser leuchtenden, knallenden Farben. Ist eine schöne Geschichte. Holt mich wirklich gut ab. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an Marc, dass er das zur Verfügung gestellt hat. Freut mich sehr. Leider, wie ich schon dachte, ein bisschen zu sehr, weil ich mir halt schon ein Set an Land gezogen habe und ein anderes vielleicht auch noch kriege. Naja, wie das immer so ist. Aber naja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns auch schon sehr bald im nächsten Video wieder. Bis dahin. Schaut euch gerne auch das 6979 an. Das große Mutterschiff quasi. Oder natürlich auch andere Lego-Sets aus den verschiedensten Space-Serien. Und ja, bis dahin. Habt eine gute Zeit. Stay frosty und peace. Stay frosty und peace. Vielen Dank.